Mein Forschungsgebiet ist die Christentums- und Religionsgeschichte der frühen Neuzeit, das heißt eines zeitlichen Rahmens von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis um 1800. Die für mich in der letzten Zeit wichtigste Entdeckung war die Entdeckung Luthers als Medienakteur. Mir ist klar geworden aufgrund der Analyse seiner Druckmanuskripte, dass er unmittelbar für den Buchdruck gearbeitet hat, dass er sozusagen immer schon die Umsetzbarkeit seines Manuskriptes in den Druck im Blick hatte. Die Religion selbst wird im Kontext der Reformation eine gespaltene und dadurch ergeben sich gesellschaftliche Herausforderungen zur Umgangsweise mit Diversität, die für die weitere Geschichte der Moderne prägend geworden sind. Insofern ist die Epoche, die im Zentrum meiner Arbeit steht, so etwas wie das Musterbuch der europäischen Pluralisierungs- und Gesellschaftsgeschichte. Im Unterschied zum Mittelalter, wo wir vielfach kaum Quellen haben und im Unterschied zur Neuzeit, wo wir häufig zu viele Quellen haben, ist die frühe Neuzeit aus meiner Sicht die idealste Epoche und insofern fühle ich mich da eigentlich fast wohler als in der eigenen Gegenwart.